Am 21.08.2023 gegen 12.30 Uhr kam es während einer Verkehrskontrolle auf der Bonner Oxfordstraße zu einer Beleidigung, wegen der ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Im Einsatz waren zwei Funkstreifenkraftwagen, ein Motorrad und ein Halbgruppenkraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und euch auch weitere Videos von mir anschaut.